so los geht das besser kämpft im wahrsinn des wortes mit stumpfen waffen siehst du mal bitte was vernünftiges an wenn wir schon zusammenspielen oder was vernünftiges aus vor allem die team aufteilung ist gerade sehr passend eigentlich nie finde ich jetzt nicht ich habe ein kevin ach das ist die scheiß möge die jetzt ersten casino war die ist total mit der t oder nach sich ja der foto oder x80 das ist das rpg okay alles kann es seid ihr auch unten ich dachte einmal das oben ab und ist das ja was sind das für ein schwachsinn eigentlich müssten doch ein team oben auf dem ding starten ich glaube wir müssen zuerst werden wenn wir da schon so dabei nein ich habe fast oben gewesen ist ich denke mal man muss oben landen und dann kann man erst schießen er kann jetzt ja so jetzt kommt es kommt keiner hoch nein ich bin bei dem geform dachte ich korte schaffst du bist so ich bin oben meine größte angst ist allerdings dass der markus bei schließt der schicht der schicht mit raketen jetzt wenn ja das ist du hast mich verlassen also ich gar keine chance die beide ich musste direkt hinter unternehmen das ist das problem an der sache mit der rakete und jetzt schießt dann einfach hoch pass auf naja ja das ist klar wenn er einmal oben ist mit raketen der fasse gewonnen einer wir wollen beide oben wir sind die beide da hochgekommen ich bin hochgekommen ich habe mir aufgefallen dass die ganze zeit ruhig war und sobald sie ruhig ist hat sie irgendwas geschafft und ich bleibe hier im stillen wie das letzte mal die pakete eingesammelt hat entweder das wenn unter dem mund ist voll ne aber das ist wie das letzte mal wir bekriegen uns mit dem klopfen und die rennen die ganze zeit mit paketen hin und her merkt man sich freut bei der aussage und das ist das spruch nur von euch und jetzt passiert guck mal baby hat gewonnen was ja keiner hat damit gerechnet aber die frage die ich mir jetzt gerade stelle ist was du hier in deinem leben machst ne wenn jetzt alle dort oben stehen in verschiedenen metragen wie kannst du dich gegenseitig killen ja gar nicht wie gesagt ist nicht ist nicht wirklich durchdacht ja eigentlich müsste ein team oben auf so einen dingern starten aber dafür machen wir es ja um zu testen dann wird aussortiert und irgendwann haben wir richtig geile playlisten mit vielen geilen events drin aber ich bin schon wieder oben ja auch mal ganz knapp aber am rand gerade gestanden das ist nicht wahr hätte die scheiß korridor nicht gestanden hätte ich es geschafft die schießt sogar ihr teammates ab die ist doch schon im blut raus ihr kennt es nicht ihr seid alles klein da unten ey sowas sagt man nicht das ist nicht in Ordnung ey die sind alle klein da unten das ist ja das doch nur aussage ey die sagt mal jemand die wahrheit ach alter ich hab's hast du runter geschoben oder ja ich bin drauf auf der gleichen etage ich hab's ich hab sie nicht ich hoffe der gleiche etage ich wollte sie ziehen grad überfahren entdeckt ich dachte nur warum das ist kopf im gesicht da dachte ich weiß eigentlich schön unterschieden von den kategorien das scheiß rampe das werde wer ist weg gewesen da morgens ist so ruhig ist das muss man jetzt rütteln der ist da ruhig deswegen sei auch so ruhig so weit oder morgens kommen kommt wieder vorbei auch das kann ich habe ich habe ich nicht aber noch mit genau nein nein aber du wirst es zu voll du wirst jetzt eigentlich auch die volle bucht abgekriegt haben wurde da sie ist tot sie hat selbstmord begangen ja sie hat mich aber dafür noch für drei minuten ich fahre gerade dann keffs auto vorbei reifen platzen auch das kann nicht wahr sein ich will wenigstens mal mein leben wird hochkommen einmal im leben was hochkriegen ja damit hast du ja selber probleme eigentlich das ist das liegt aber wenn dann an die aus wenn ich habe so ein schönes outfit gewählt also kann man mir ganz wie die welt wirst du zugegriffen jawohl er ist oben da wo es baby liegt nein ja gleich aus auch schade nein ich habe ich habe ich habe diesen schrei gehört da habe ich die kamera zurückgemacht das hat mich jetzt geärgert ich hätte nur nach oben überleben müssen sinnlos noch eine runde aber so gesehen sind wir mal ehrlich ist die runde relativ langweilig ja weil halt eigentlich müsste ein team direkt da oben starten das ist aber eigentlich ist es so ganz cool weil es wieder die herausforderung ist erst überhaupt da hoch zu kommen damit du mal weitermachen kannst ja aber da wäre es doch ich mit noch mehr leuten noch lustiger ich glaube dann wäre es noch herausfordernd da oben nein 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 ach mann was du das baby ja ich finde ich finde es sehr schön wenn du auf mir landest das war gut sind übertrieben ist da was ich mich gerade frage was passiert wenn die autos explodieren tot wir können die uhr explodieren bestimmt die können irgendwann zu kaputt sein aber dann fängt sie an zu brennen dann kannst du vielleicht noch aussteigen rechtzeitig ich wollte aber alter käft du hast das was die hast du ihn gerade gesehen in den stand ich wollte gerade sagen ich wollte einfach nur mal was anderes aus jetzt immer nur in search und gegen das ist auch irgendwann langweilig das problem ist halt gerade sobald ich habe ja mal so ich habe durchgeguckt durchgeguckt so und gerade bei so sachen wie death matches und so gezeigt nur viel mist da gibt es nicht viel was jetzt wirklich effektiv spielen kannst und ich bin oben ich bin oben ja das war eine tolle aus ab und kämpfen auch hier oben davon nein nein ich habe es gesehen ich dachte ich habe schon weggeholt der stadt direkt neben hier ich sehe gerade noch ohne sind ja doch lücken dazwischen man kann sich ja abschließend da guck mich nach oben oder steht kämpft ich habe eigentlich nur gewartet ja ich bin runter gefallen ich bin zweiter vorne gegangen du hast den zeichen fehler gemacht also die zwei haben eindeutig was gemeinsam aber egal ich habe markus mitgenommen da kann ich ja mal schnell auf toilette gehen ach man scheiße ich stand das schön oben drin ich wollte eigentlich nur gucken wo baby steckt und dann dachte ich mir jetzt und geht dann einfach so weiter das ist gemerkt haben auch schon zu spät jetzt ist warum jetzt nicht leben zu tun die linken der kunden das mutter von baby so wie ich wotten muss ich stehe ich hab ich habe 1 zu hoch 1 zu niedrig wieso fahren wir eigentlich jedes mal auf dieselbe seite das ist dann langsam immer feierlich ja habe ich gesehen vor sich das brennt das auto schade genau wie einfach mal ein sicherheitshalber genau springen ich bin jetzt wie unser fehler ist sehe ich jetzt aus was wir einfach haben können inwiefern du brauchst weniger anlauf wir denken wir waren noch nicht weit hin doch hörst du mal herumzuschließen was ist ein falsches jahr genau die woche wird erst mal drunter ich will noch mal ganz kurz sagen ich sehe jetzt war dass da einer bei mir im stream ist und auch schreibt aber ich habe leider kein chat offen deswegen kann ich nicht heißen feldrico was ich 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 noch eine minute noch eine minute schade ich habe sie schon gesehen noch nicht den gleichen fehler wie die beiden der war knapp und in zehn neun acht sieben sechs fünf vier drei zwei eins eigentlich bist du gewonnen haben bei der kill ja auch gar sagen der kill kam ja von mir ich habe mich ja selber umgebracht damit habt ihr gekriegt dann musst du nur wieder so schön runter springen die freunds wenn dann kannst du gut dass ich runter gestellt habe wenn wir haben auf drei runden das war auf sieben sieg runden eingestellt also können wir euch mal vorstellen wie lange das dauert wieso so runter springen geht das relativ fix jetzt einfach gewinnt damit ist gut na danke danke dann geht es machen wir sind auf der seite du hast die autos hochgegangen ja und ich lebe noch als aufsterben müssen ich war die tage unter dir super es werden liegt alles an dir von mir ja markus habe ich geholt warum auch immer er nicht mit gestorben ist und nur ich schatz landen was auf der kopf der anderen seite irgendwie von der seite so wer wird das spiel auch geklärt danke bin ich froh dass das heißt die vorbei jetzt cheetah cheetah danke für die hilfe cash das war wenn du hast einfach glück gehabt gerade in dem moment ich werde mich wieder volle esse drüber hinaus geschossen da kommt mir kevin gegen und rand ich wieder auf die plattform drauf aber wurde mich gerade dass die autos standen bei dir auf der etage explodieren ich sterbe du überlebst das ist einfach mit das ist das ist das unrealistische gerade in der runde jetzt gewesen keine ahnung ich dachte ja du saß noch drin nein ich bin runter gegangen ich bin ausgestiegen und runter gesprungen die tasche drunter verstand verstehe ich es auch nicht aber deswegen verstehe ich gerade weil sie unterhält normalerweise zu sterben müssen nämlich ich weil die autos sind ja mal hier gestanden jetzt sind alle beim ersten mal hochgekommen außer baby natürlich aber es waren drei leute beim ersten versuch oben ja aber trotzdem okay alles gut